Herzlich willkommen zu unserem ersten 9Gamers-Spezial. Mein Name ist PonyFreund und zu den 9Gamers gehören meine Wenigkeit Miguel Pablo Typensofa123 GameDub KustensaftLP Do it! Der Medienball Egnus Brigitym Florian Und zu guter Letzt Tobias Wir haben verschiedene Spiele gezockt und dazu natürlich jetzt fans produziert, die wir euch nun zeigen werden. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer Runde F1 2016. Let's go! Wir sind alle auseinander Ja, das war ein ganz guter Start, aber Jetzt gehe ich mal nach innen bremsen Zack, zack Und da bin ich schon dritter Ah, jetzt kann ich ja Windschatten ausnutzen Und er bremst ja viel zu früh Von daher Gut Ja Ich finde das ein sehr nice Spiel Tolle Grafik Äh, ich fahre mit Max Verstappen Einer meiner Lieblingsrennfahrer So, jetzt werde ich noch an den Ego vorbeifahren Ein Viertel, den ich nicht besonders mag So Ja, erfolgreich Rollski Wieso fahre ich bei Rhein Bei Rhein ist einfach meine Lieblingsstrecke Zum Fahren und ähm, zum Gucken Ich kann euch jetzt mal ein Feature zeigen Was es jetzt hier auch gibt Und zwar kann ich Durch das Reden Auch mit dem Spiel reden Warte Treibstoffinfo Das ist deine letzte Runde Die letzte Runde des Rennens Ich habe eigentlich Treibstoffinfo gesagt Das ist manchmal so ein kleiner Bug, aber Äh, meistens klappt das Oh, jetzt sind wir in den letzten Kurven Und weil ich die Strecke auch so kann So gut kann Fahre ich denn alle weg Sack Da ist der Süd Tolle Leistung Du bist heute ganz in unserem Sinne gefahren Achso fährt Max Verstappen Aufbau rein Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfrag Ich glaube die Umstände haben heute perfekt zu Ihnen aufgefallen Der Winst für dieses Grand Prix ist es dann der Zeit Die Spannung zu feiern Die wurde auch nochmal verbessert Beim letzten war das ein bisschen hässlicher Sag ich jetzt mal so Die Grafik war da nicht so schön Ist natürlich auch nochmal, äh, verbesserungswürdig, aber Dafür, dass das zum zweiten Mal erst ist Kann man da nichts großartiges erwarten Jawoll! Willkommen zurück zu einer neuen Runde Overcops Wir machen dann einfach statt drei Okay So Vielleicht wer bin ich denn überhaupt? Ich bin unten rechts Ich bin unten rechts Ich bin unten links Ich bin unten rechts Okay, nimm einfach das nächste Warte, 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 was soll ich machen? Nimm einfach das Du kannst ja daneben legen Ja, lege einfach daneben Ich bin unten rechts Geh, erste Suppe ist fertig Da ist Ich brauche Platz Komm, hier Jetzt, hier, ähm Habt ihr das Lava Jawoll! Bäh Klar, meine Klar, meine Das ist voll easy für uns Achtung, was brennt Wo mache ich jetzt die Gemeinsuppe? Wo brennt's? Feuer! Ah, nein, ist gut bei denen Ich mach X, das läuft nicht Ey, wehe, wehe, das kommt zu uns rüber Ah, jetzt Okay, komm, gib mir Warte, warte, warte Jetzt So, okay Ich kann's nicht fallen lassen Okay, okay Jetzt kann ich hier, äh Nein Er hat noch die 3 St... Rollski Ja, hab ich Hast du Zwiebeln? Äh Was geht ab mit Zwiebeln? Ey, du! Du's! Boah! Ich nehm den Ich nehm den das Essen weg Nein, du! Nein! Nein! Ey, nice, wir brauchen die Schokolade Ja, und so verletzt bei uns Nein! Ey, komm nicht! NICHT 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 So, ich bin gegangen Ich brauche einen Keller Nein! Weiter, 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 weiter Nein! Du musst aufpassen, Fries weiter, weiter, hier, gib irgendwas Ich brauche einen Äh, noch eine Zwiebel oder einen Champignon Eine Zwiebel hier Ey, 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 nimm das! Nein! Nein! Ja, schade Juhu! Yeah! Schön! Was hat's jetzt? Wir sagen vollkommen unverliebter Sieg Aber gut Hallo, Freunde, herzlich willkommen zu Ghostbusters Einen etwas neueren Spiel Also es ist aufgefallen Nicht das von 2011, sondern von 2000 Ich hab gelegt aber die Steuer raus Ich weiß es nicht Alles voll mit Ektoplasma geschleimt Was hab ich mit Was hab ich für Freunde ausgesucht? Guck mal, das ist Boah, ich muss gar nicht sehen Das ist in der Deme Kreuzen wir die Strahle, okay, da Oh, 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 oh Geister. Los, nimm das Ektoplasma. Oh, diese Gesichter strümmen. Ektoplasma. Haut sie rein, los. Haut sie, strahle. Kommt weg. Und los geht's. Gehen wir's an. Komm lass mal rüber. Komm raus, komm raus. Wo immer du bist. Es sind Geister. Ja. Damit kann ich mich anrufen. Ja, kann ich mich anrufen. Voll weg, meine Freunde. Ja. Oh. Bad force, bad force. Otsukana, du. Otsukana, du. Wenn komische Frau comes for you. Oh, das ist komisch. Lass mal. Mama? Los, holst die Strahlen. Warte, warte. 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 Aua. Ja, komm nicht. Da kommt ein Toaster. Nein, nein. Bücher, Bücher. Oh Gott. Toaster. Okay, hier kümmer euch in die Bücher. Nein, ich bin voll geschlagen. Nein. Und ich kümmer mich um die Frau. Und dann noch Bücher hin. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab ne Schuss gehabt. Nein, ich bin wieder voll geschlagen. Ja, wir müssen sehr geladen. Ja, wir haben sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Nochmal. Ich hab sie. Ich hab sie. Ja, ne Leute. Ich auch. Los, alle in die Strahle. Wir brauchen die Strahlen. Wir kriegen das in Strahlen. Wie geht das? Keine Ahnung. Rechts. Da oben rechts drücken. Hä? Hä? Los. Die sind ja oben rechts. Los. Ne. Drehen, drehen oder was? Hä? Dreht ihn, dreht ihn. Was wollen wir machen? Wir haben sie. Nein. Ja, wir haben sie. Komm, ich. Ich drücken. Ich drücken, Leute. Nein, 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 nein. Das ist nicht so. Nein, komm, 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 komm. Komm, wir haben sie quasi. Auf, auf, auf. Ich hab sie. Ich hab sie. Oh, easy. Das war die Bücher. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Das war's mit der ersten Mission von Ghostbusters. Die leise runter. Ich bin dein größter Albtraum. Für mich bist du gestorben. Dann. Tschau. Tschö. Ohne Platz. Boah. Du kannst dich immerhin nicht wegstoßen. Hier. Pilze. Ja, ja. Mach her nach. Mach her nach. Mach her nach. Mach her nach. Mann. Ist der Teller sauber? Pilze schon. Pilze. Du hast das schon vor. Pilze, ne? Genau. Gib mir gleich direkt noch einen Pilz. Da. Ich schmeiß den mal weg. Okay. Das ist mein Speisekopf, ey. Du bist so eine Torfnase. Oh Gott. Jetzt geht das auch zu uns, ne? Die machen das schon sehr. Oh mein Gott. Wir machen neue Rekorde und die sind bei minus 30. Zwiebel. Zwiebel. Ich hole eine Zwiebel. Schnell. Ja, moin. Guck mal. Wie viel's am Abpacken ist. Ich hab einfach den falschen Mädchen. Piss mich gar nicht. Mensch, Meier. Du bist so eine Torfnase, wirklich. Gib mir das doch. Tu du das da rein. Du musst das doch braten. Es ist doch da drin. Ja, aber du musst es doch braten. Jawoll. Und hat's euch gefallen? Abonniert unseren Kanal und liked auf jeden Fall das Video. Tschö mit Ö.